Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen meine Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute leider nicht mit einem gewohnten Video anfangen, wie ihr das sonst von mir kennt, sondern mit diesem kleinen Ausschnitt von meinem Desktop. Und das hat auch einen ganz besonderen Grund und einen nicht sehr erfreulichen Grund, denn ihr seht ja diese Videodatei hier, Größe 3,99 GB, das heißt da habe ich wirklich einiges aufgenommen und genau darum geht es auch, denn das ist ein Video, was wirklich ein großer Bestandteil eines Luban-Videos von mir gewesen wäre, von einem größeren Set, was ich vorgestellt habe. Und wenn ich das öffnen will, seht ihr, kommt hier vom Media Player das Wiedergeben der Datei ist im Windows Media Player ein Problem aufgetreten. Ich habe es in anderen Programmen besucht, ich habe es versucht mit irgendwelchen Dateireparaturprogrammen wieder hinzubekommen und nichts kann das Ganze öffnen und die Datei ist wirklich warum auch immer beschädigt und auch schon auf meiner Kamera beschädigt, das heißt ich kriege die leider nicht mehr repariert. Und ich bekomme auch leider das ganze Video nicht mehr rechtzeitig aufgenommen und geschnitten und dementsprechend heute nur dieses kurze Infovideo. Ich nehme aber bis morgen am Sonntag auf jeden Fall ein Ersatzvideo auf, was ich dann hochlade. Das könnt ihr euch ja dann auch am Feiertag anschauen, wenn ihr das möchtet. Ich wünsche euch auch auf jeden Fall auch ein wunderschönes Wochenende trotzdem und einen schönen Feiertag. Und wir sehen uns dann einmal Sonntag mit einem Ersatzvideo wieder und hoffentlich am nächsten Dienstag dann mit diesem großen Snowbahn-Set.